Musik Ist das nicht toll, 13 Jahre Ufer-Filmnächte? Wir freuen uns wirklich sehr, wir freuen uns auf diesen wunderbaren Abend, der hier auf der Dachterrasse von Bertelsmann beginnt. Wir freuen uns über die tolle Partnerschaft zwischen Bertelsmann und der Ufer. Für diese Ufer-Filmnächte. Und immerhin geben wir damit mit einem einzigartigen Stumpffilm-Festival einer Kunstform ein Zuhause, wie es das vorher nicht gegeben hat. Die Zusammenarbeit jetzt mit Bertelsmann ist phänomenal gut. Also wir wollen uns wirklich gegenseitig abstimmen. Es ist ein gemeinsamer Event, es ist wichtig für Bertelsmann, wichtig für die Ufer. Und es ist ein Signal in die Stadt, wie wichtig Bertelsmann auch den ganzen Filmbereich nimmt. Und das kommt hier wahnsinnig gut an. Wir haben heute Abend wirklich alle führenden Entscheider der Stadt da. Es sind tolle Leute auf dem cineastischen Bereich da. Das ist was sehr Besonderes. Und ich bin da schon, habe ich Karin Schlautmann vorhin gesagt, ich bin da schon stolz, dass sie mit so einer langen Tradition, das auch beim Publikum so toll verfängt. Das ist wirklich eine ganz außergewöhnliche Leistung. Ganz besonders freue ich mich auf die musikalische Untermalung. Der Cameron Carpenter, dieser weltberühmte Organist, begleitet das. Und ich glaube, das wird ein Hammer. Ja, Schatten ist ein besonderes Werk. Es ist ein Meisterwerk des Expressionismus. Und es hat quasi genau vor 100 Jahren seine Premiere hier in Berlin gehabt. Das heißt, 100 Jahre später sehen wir es wieder mit neu komponierter Musik, mit einem ganz neuen Blick darauf. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes, was man nur einmal erleben kann, nämlich heute Abend hier in Berlin. Ich glaube, es ist wirklich ein geniales Zusammenspiel von Kulisse, von wirklich restaurierten Filmen. Es ist ein hohes Verdienst von Bertelsmann, auch in diesem, kann man sagen, Kultursag, sich dermaßen stark zu engagieren. Und dann ist es vor allen Dingen natürlich jetzt mit Dominik Horwitz und mit der Musik, es ist einfach ein einzigartiger Live-Event. Und zwar jeden Abend anders. Also Dominik moderiert, ich liebe den, ich liebe auch seine stark Prellabende. Aber für die Menschen hier in Berlin ist es etwas Außergewöhnliches. Das haben wir jedes Jahr wieder hingekriegt, jedes Jahr von neuem. Und von daher freue ich mich das sehr drauf. Dramaturgisch und filmisch, wie weit sie schon in den 20er Jahren waren, mich haut es um. Wir kommen gerade von dem Bertelsmann-Empfang, vom Dach unter den Linden und sind jetzt hier rüber gelaufen und haben jetzt diese wunderschöne Kulisse vor uns. Also eigentlich kann es gar nicht mehr schöner werden. Und doch, es wird wahrscheinlich noch schöner, indem wir jetzt diesen Film sehen. Also gleich, Film ab! Wir befinden uns hier auf der Museumsinsel im Zentrum, im Herzen von Berlin. Das Ganze gehört zum Weltkulturerbe. Und wir meinen, dort gehört das deutsche Stummfilmerbe auch hin. Untertitel für funk, 2017 Jahrhunderte